Das Berlin Career College ist eine Einheit einer Universität der Künste, die sich vorgenommen hat, insbesondere im berufsbegleitenden Bereich, Angebote für die Zielgruppe der hier ehemals vielleicht ausgebildeten Studierenden zu uns zurückzuholen. Und da haben wir vier Masterstudiengänge. Das ist einerseits der Studiengang Musiktherapie, der eng verbunden ist mit der Fakultät Musik, ebenso wie Soundstudies, akustische Kommunikation. Dann haben wir den Studiengang Kulturjournalismus und Leadership in digitaler Kommunikation, wo wir eher mit gestalterischen Elementen in der Lehre sind. Neben den Masterstudiengängen haben wir eben auch Angebote, die, wie wir sie nennen, etwas niederschwelliger sind vom Eintritt. Das heißt Zertifikatskurse wie Kuratieren, wo es darum geht, eben dann gute Artefakte in Ausstellungen gut zu exponieren und darzustellen. Im ganz anderen Bereich, eher aus der darstellenden Kunst, haben wir einen Zertifikatskurs zum Thema künstlerisches Erzählen. Eine Kunstform, die in den letzten Jahren immer stärker wiederkommt, wie man so schön sagt. Und hier haben ehemalige Kollegen und Kolleginnen aus den Studiengängen der darstellenden Kunst jetzt eben dieses Zusatzangebot gebaut. Dann haben wir neben den Zertifikatskursen noch Sommeruniversitäten. Da versuchen wir insbesondere in den schönen Sommermonaten, wenn die Uni sich ein bisschen leert, das heißt also die Studierenden aus den grundständigen Studiengängen in die verdiente Sommerpause gehen, hier unsere schöne Stadt zu nutzen und eben auch Weiterbildungsangebote anzubieten. Und da haben wir beispielsweise im letzten Jahr 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 27 Ländern gehabt, die über alle Disziplinen hier im Sommer nach Berlin kommen und von uns hier an der UDK weitergebildet werden. Also unser Hauptantrieb am Berlin Career College ist, dass wir besonders den Transfer in Praxis und in die Wirtschaft und in das Berufsfeld ermöglichen wollen. Das heißt also gerade auch ehemalige Studierende, Menschen, die jetzt schon erste Erfahrungen in der beruflichen Praxis gesammelt haben, denen Zusatzangebote zu bieten, die letztlich dann ihnen helfen, noch besser in ihrem angestammten Job erfolgreich zu sein. Deine Zeit Deine Zeit Untertitelung des ZDF, 2020